Dieser Flug nach Barcelona war von den äußeren Bedingungen einfach perfekt. Der Himmel war strahlend blau, die Sicht bei Abflug und auch während des gesamten Fluges war fantastisch und ganz besonders kurz vor Barcelona die Sicht auf die Stadt, auf die Strände. Wer sich ein bisschen auskennt, erkennt auch bestimmte Landmarks. Viel Spaß beim Hinausschauen. Der Himmel ist in der Schweiz voll, wenn man sie sich öffnen kann. Er war die thinnen, die sich die Flmassieren nicht wählt. Es macht einen Frächer um die Flasche für die Sendung. Die Flasche fahren auf die Flasche. Und ich bin ein bisschen fliegt. Das zum Aufblasen, sorry, Abblasen verlobt benutzt werden kann und die Signallampe leuchtet die Wasser automatisch. Da, da, da. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR meagroup GmbH im Auftrag des WDRi